Musik Fürchtet euch nicht, so ruft es uns der Weihnachtsengel auch heute noch zu. Gestärkt von diesem Zuspruch feiern wir einen ganz besonderen Nacht-Eulen-Gottesdienst hier in der Friedenskirche in Ludwigsburg. Der bekannte Prediger und Liedermacher Martin Buchholz wird zu uns sprechen und wir werden eine Lichterprozession haben. Mein Name ist Martin Wente, ich freue mich mit Ihnen gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielleicht wärmten die Männer gerade ihre Hände am Feuer. Die Nacht war kalt, hier vor den Toren von Bethlehem. Eine Nacht wie jede andere für die Hirten. Rauer Alltag, schlecht bezahlt. Ein Job, den keiner gern machte, aber die meisten von ihnen waren Tagelöhner, mussten sich irgendwie durchschlagen. Schafehüten war da zumindest besser als gar nichts zu verdienen. Vielleicht hatte es mal wieder Streit gegeben um die Wasserstellen für die Tiere und das übliche Gerangel um die besten Weideplätze. Jedenfalls wollte niemand mehr als unbedingt nötig mit ihnen zu tun haben. Die Hirten waren da, wo sie hingehörten, draußen vor der Stadt, wo sich kein anständiger Bürger Bethlehems in der Nacht noch freiwillig aufhielt. Wer jetzt hier auf den Feldern auftauchte, konnte nur ein unliebsamer Besucher sein oder ein Raubtier, das es auf die Schafe abgesehen hatte. Kein Wunder also, dass die Hirten sofort zu ihren Knüppeln griffen, als die Schafe plötzlich unruhig wurden. Kein Wunder, dass ihnen nur Augenblicke später die Knüppel vor Entsetzen aus der Hand fielen. Sie hatten sicher mit manchem gerechnet. Aber nicht mit einem Wunder. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen Und dennoch glaub ich's kaum Was da geschah, das kann niemand verstehen Ich sah es wie im Traum In dieser Wundernacht Auf einmal war da ein gleißendes Licht Und strahlte auf das Feld Und jemand sprach Hirten fürchtet euch nicht Denn Gott berührt die Welt In dieser Wundernacht In dieser Wundernacht Kein Wunder, dass die Menschen sich wunderten Als die Hirten ihnen später von ihrem wundersamen Erlebnis erzählten Haben diese Männer einfach nur das Falsche geraucht? Das solche seltsamen Halluzinationen auslöste Ist diese ganze Geschichte nicht zu verrückt, um wahr zu sein? Warum mit Verlaub sollte der allmächtige Gott Ausgerechnet diesen heruntergekommenen Typen Eine so gewaltige Botschaft anvertrauen? So ähnlich werden wohl manche gedacht haben Und auch heute noch wundert es mich manchmal Dass uns das offenbar kaum noch auffällt Gott wendet sich mit seiner großen Liebesgeschichte Zuerst an genau die Menschen Mit denen keiner was zu tun haben wollte Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit Gottes Vorliebe Für die Armen, die Tagelöhner und die Ausgegrenzten der Gesellschaft Der Himmel singt sein Lied für sie alle Heute wie damals Für die Hirten Auf den Feldern von Bethlehem Ich hab den Klang der Musik noch im Moor Der ganze Himmel sang Gelobt sei Gott, denn ein Kind ist geboren Die Liebe bricht sich mal In dieser Wundernacht 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 in dieser Wundernacht. Was das Lukas-Evangelium über die Hirten von Bethlehem erzählt, das halte ich für eine wirklich und wahrhaftig bewegende Geschichte. Ich finde es bewegend zu hören, wie diese Männer nach ihrem unfassbaren himmlischen Erlebnis in Bewegung geraten. Lukas schreibt, und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lass uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Was für eine wundervolle Wandlung. Diese vom Leben frustrierten und so oft gedemütigten Männer sind plötzlich kaum wiederzuerkennen, weil für sie ein Moment vom Himmel fiel, werden die Hirten zu entflammten und begeisterten Hoffnungsträgern. Ich höre diese schier unglaubliche Geschichte von der Wundernacht der Hirten und ertappe mich bei zwei sehr widersprüchlichen Gefühlen. Das erste Gefühl ist ein irgendwie melancholisches Schmunzeln. Ich ertappe mich als aufgeklärter, moderner Zeitgenosse in einem Anflug resignierter Vernünftigkeit, die wir oft mit Reife und Erwachsensein verwechseln. Ja, schön wär's, nicht wahr, wenn das alles wirklich wahr wäre. Aber ich kenne ja das wirklich wahre Leben, das mit Wundern äußerst sparsam ist. Mir kann man nix erzählen. Das andere Gefühl ist meine Sehnsucht. Ja, ich möchte bitte etwas abhaben von der Begeisterung der Hirten. Ich möchte auch so einen Moment, der für mich vom Himmel fällt und mich wieder neu das Staunen lehrt. Das Staunen der Kinder, die ihre Geschenke sehen und sich fragen, woher das Christkind denn das alles wusste. Ich möchte auch gern wieder aus vollem Herzen singen. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben Heiligen Christ, der für mich geboren ist. Wie ist das bei Ihnen? Wie begeistert und bewegt hören Sie denn diese Geschichte heute, 2000 Jahre später, hier in Ludwigsburg. Vielleicht sagen Sie ja von sich selber, ist ja nun wirklich alles nett und schön, nicht? Mit den Engeln und den himmlischen Herrschhaaren. Aber für einen rationalen Menschen wie mich ist das alles wirklich nicht sonderlich glaubwürdig. Wenn es darauf ankommt, halte ich mich lieber an historisch verifizierbare Fakten. Dazu zwei Rückfragen. Glauben Sie wirklich, dass Sie das tun und Ihr Leben danach ausrichten? Ich bezweifle das und komme später darauf zurück. Die zweite Frage, was halten Sie von dieser kleinen historischen Episode? Am 26. Juni 1963 steht der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy vor dem Rathaus Schöneberg in Berlin und hält eine Rede, die in die Geschichte eingehen wird. Durch einen einzigen Satz, den Sie alle kennen. 1961 war die Berliner Mauer errichtet worden, die schmerzhafte Trennung der Stadt in Ost und West. Nun, zwei Jahre später, sagt John F. Kennedy, ich bin ein Berliner. Und alle Deutschen, die ihm zuhören, spüren die bewegende Kraft dieses Satzes. Sie spüren die Kraft der Solidarität, der gemeinsamen Sehnsucht nach Freiheit und sie schöpfen neue Hoffnung. Sollte in 200 Jahren ein sorgfältiger Wissenschaftler diese Rede historisch-kritisch analysieren, dann könnte er im Einwohnermelderegister Berlins von 1963 nachschauen und wird feststellen, stimmt ja gar nicht. Fakt ist, nein, Herr Kennedy war definitiv kein Berliner. Verstehen Sie mich nicht falsch, historische Vorgänge auf ihre Wahrscheinlichkeit hin, wissenschaftlich zu überprüfen, das ist und bleibt, ein wichtiger Zugang und ein maßgebliches Korrektiv, auch wenn es um die Erzählungen der Bibel geht. Der historisch-kritische Zugang ist ein Zugang und ein Blickwinkel, aber nie der Ganze, wenn es darum geht, die Kraft dieser bewegenden Geschichten zwischen Himmel und Erde zu erfahren. Der sogenannte Boden der Tatsachen ist wackeliger als viele denken und er ist mit Sicherheit nicht das tragende Fundament für das, was wir als Menschen glauben, hoffen und lieben. Auch wenn wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, sollten wir nicht versäumen, den Blick gen Himmel zu richten und dürfen getrost erwarten, dass zwischen Himmel und Erde weit mehr geschieht, als das, was wir beweisen und historisch plausibel erklären können. Ihr lieben Nachtäulen, dies ist ein freies Land und Sie dürfen glücklicherweise auch über die Weihnachtsgeschichte denken, was Sie wollen, aber sagen Sie bitte nicht, es ist doch nur eine Geschichte. Unterschätzen Sie bitte niemals die ganz reale, konkrete und wirkungsvolle Kraft einer Geschichte. Hier ist gleich noch eine. Eine türkische Frau mit Kopftuch steigt in den Bus. Sie hat zwei schwere Taschen dabei und schaut sich suchend um. Der Bus ist bis auf den letzten Platz belegt. Ihr Blick fällt auf einen jungen Mann, der genau vor ihr sitzt. Der Mann grinst sie an und sagt, ich stehe nur für Deutsche auf. Für einen kurzen Moment verstummen die Gespräche im Bus und alle schauen auf die beiden. Auch Erika Schmidt, Anfang 50, sieht diese Szene. Ohne zu zögern erhebt sie sich und sagt zu der Frau, bitte setzen Sie sich doch auf meinen Platz. Dann wendet sie sich an den jungen Mann und sagt, ich bin Deutsche, bitte stehen Sie auf. Meine Frage an Sie, woran werden Sie wohl denken, wenn Sie das nächste Mal Zeugen und Zeuge einer ähnlich diskriminierenden Szene werden? Vielleicht sagen Sie sich auch, ich weiß ja nicht, ob er in dieser Situation denselben Mumm bewiesen hätte wie Erika Schmidt. Wie kommt es, dass sie spontan diese bemerkenswerte Zivilcourage gezeigt hat? Eine Antwort könnte sein, Erika Schmidt ist eben eine humanistisch gebildete Frau. Sie kennt die Fakten aus Artikel 3 des Grundgesetzes. Niemand darf wegen seiner Abstammung und Herkunft benachteiligt werden. Die wahre Antwort lautet, Erika Schmidt hatte nur wenige Tage zuvor noch einmal eine alte Geschichte gehört, die ihr nachgegangen ist. Und das kam so. Erika hat in einem großen Chor mitgesungen, bei der Aufführung eines Musicals über den Bürgerrechter Martin Luther King, der bekanntlich in den 1960er Jahren in den USA gewaltlos gegen die Diskriminierung der Schwarzen gekämpft hat. Eine Bewegung, die am 1. Dezember 1955 in Montgomery ihren entscheidenden Auslöser fand. An diesem Tag fuhr Rosa Parks mit dem Bus. Ein Mitreisender forderte sie auf, ihren Platz für ihn zu räumen, denn er war weiß und sie schwarz. Doch Rosa weigerte sich aufzustehen und wurde verhaftet. Was folgte, war der große Busboykott aller Afroamerikaner in Montgomery, die Geburtsstunde der Bürgerrechtsbewegung unter der Führung von Martin Luther King. Nein, es waren nicht die Fakten des Grundgesetzes. Es war die Geschichte von Rosa Parks, die Erika Schmidt den Mut gab, im Bus nun selber Zivilcourage zu zeigen. Erika Schmidt hatte eine bewegende Erzählung gehört, die sie handfest und konkret dazu bewegte, nun selber gegen Diskriminierung aufzustehen. Und heute ist Erikas Geschichte, die mit Rosa Parks begann, nun bei Ihnen hier in Ludwigsburg angekommen und fordert Sie und mich heraus, zu fragen, wie hätten wir uns an Erikas Stelle verhalten? Und wie werden wir handeln, wenn wir demnächst einmal in eine ähnliche Situation geraten? So könnte Erikas Geschichte zu ihrer und meiner werden. So werden Geschichten lebendig und verändern unser Leben handfest und tatsächlich, denn sie schaffen neue Tat. Sachen. Wir Menschen deuten unser Leben nicht durch Zahlen, Daten und Fakten. Wir deuten unser Leben durch Erzählungen, die uns berühren, die uns betreffen und bewegen. Wir deuten unser Leben durch Geschichten. Wir können gar nicht anders. Die Bibel ist voll von wundersamen und oft ganz wundervoll widersprüchlichen Erzählungen über das, was Menschen mit Gott erlebt haben und wie sie diese Erfahrungen deuten. Jede dieser Erzählungen wirft ein schillernd buntes und vielfarbiges Licht darauf, wie Menschen das erfahren, dass der lebendige Gott mit uns zu tun haben will. Wir können gar nicht anders, als in Geschichten über unsere Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Und doch ist Gott keine Geschichte. Gott bleibt das unverfügbare Geheimnis der Liebe, das wir mit all unseren menschlichen Bildern und Liedern und Erzählungen niemals in den Griff bekommen werden. Dennoch lautet unsere Glaubenserfahrung als Christinnen und Christen, dieser geheimnisvolle große Gott will mit uns persönlich zu tun haben. Und in seiner Barmherzigkeit hat Gott dafür auch einen Weg gewählt, auf dem er uns als Menschen erreicht, berührt und bewegt. Gott erzählt uns eine große Geschichte. die Geschichte vom Jesuskind in der Krippe, die Geschichte von Jesus, dem Immanuel, in dem Gott mit uns ist, die Geschichte von Gott, der Mensch wird wie wir, der Leid und Freude mit uns teilt und uns verheißt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darum, ihr Hirtinnen und Hirten, ihr Ludwigsburger, fürchtet euch nicht, denn die Engel verkündigen uns große Freude. Das wünsche ich dir und dafür beten wir, dass auch für dich in diesem für viele so schwierigen Jahr ein Moment der Vorfreude vom Himmel fällt und dass diese alte Geschichte der Hirten von Bethlehem auch für dich neu lebendig wird und dich bewegt, wenn neuer Zuversicht weiterzugehen. Jesus kommt, das Licht der Welt, das die frustrierten Hirten entflammte und bewegte. Ich wünsche dir und mir, dass auch wir uns wieder anstecken lassen von diesem Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt. Amen. Zünde eine Kerze an dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt. Es leuchtet für die Menschen, die wir lieben und für alle, die gerade einsam sind. Es leuchtet für Gebete, die wir flüstern für den Funken und der in uns glänzt. Zünde eine Kerze an, dein Licht der Hoffnung. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt. es leuchtet für die Menschen, die uns helfen, für die Ärzte und die Pfleger. Es leuchtet für den Trost, den wir jetzt brauchen, für den Abschied und den Neubel. gehen. Es leuchtet für die Welt an allen Norden, Mailand, Sao Paolo und Madrid. Es leuchtet für die Kraft, die uns verbindet, für den liebesvollen nächsten Schritt. Zünde eine Kerze an, dein Licht erholst. Heute soll es leuchten für die Welt. Zünde eine Kerze an, dein Lebenszeichen. Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt. Seht, wie unser Licht die Nacht erhellt.